Ich schlafe überall, egal ob im Wald oder am Fluss. Da ganz hinten, da fährt Schiff, so ein Rheinschiff, weil das hier, das ist Rhein oder wie das heißt. Aber genau, da vorne fährt so ein richtiger Schiff. So, wir haben unseren Schlafplatz gefunden. Hier werden ich und Bianca drunter schlafen. Und hier wird mein Bruder drunter schlafen. Ich habe bestimmt irgendwie fünf, sechs Mal diesen Scheiß, da habe ich nochmal neu aufspannen müssen, weil dieser Scheißboden hier so scheiße sandig ist. Und das war richtig scheiße gewesen, das hier aufzuspannen. Wo ist die? Wo ist die? Eine Ratte. Die haben wir natürlich an... Die Ratte haben wir natürlich hier angelockt mit unserem Essen. Ratten sind voll cool. Die klauen unser Essen oder wie das heißt. Guten Morgen, es ist nass und feucht. Es ist hier alles komplett durchnässt. Ja, Bettin, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Tourday TV. Guten Morgen. Ich hoffe, du hattest eine sehr schlechte Nacht gehabt. Guck mal, guck mal hier. Hier vorne ist eine leere Brotpackung. Da war Brot drin. Da war ganz viel Brot drin. Aber das haben wir uns die Ratten weggefressen. Deswegen ist das jetzt leer. Und weil wir jetzt kein Brot mehr haben, haben wir nur Purwürstchen. Die Ratten haben unser Brot aufgegessen. Die haben uns beklaut, die Ratten. Bei dir sind Ratten unter deinem Rost gelaufen, ne? Ja, und haben einen Schlaflatz durch. Das ist cool. Und haben Geräusche gemacht und dann Brot gefressen. Das ist richtig geil. Vor allem, warum fressen die unser Brot auf? Das ist doch total dreist.